Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Schlagzeugführung, um es genau zu machen, zu einer Doppelfolge. Im ersten Teil des Videos möchte ich über die Stimmung des Schlagzeuges reden und im Teil Nummer 2 werde ich euch den Klang des Schlagzeuges vorführen, denn das ist quasi ein Nachtrag zu der letzten Folge von der Schlagzeugführung, die ich euch unten in der Beschreibungsbox hineinfügen werde und auch hier oben irgendwo, sodass ihr euch dieses Video nochmal anschauen könnt. Los geht's! Fangen wir doch mal mit den Toms an. Die Stimmung der Toms orientiert sich an einem Video, das ich im Internet gefunden habe, wo ich einfach fasziniert war von dem Klang von den Toms und auch von der schönen Stimmung. Diese Stimmung der Toms ist als mitteltief und vor allen Dingen sehr voll und rund zu bezeichnen, trotz dass wir es hier mit Ambassador-Fällen zu tun haben, klingen die Toms sehr voll und rund und das werdet ihr auch gleich in dem nächsten Teil des Videos hören. Die Bassstorm hat eine sehr ungewöhnlich, aber dennoch sehr interessante Stimmung und zwar ist das Schlagfell so tief gestimmt, dass die Falten gerade so weg sind von dem Fell. Bei dem Resonanzfell handelt es sich um eine deutlich höhere Stimmung gegenüber dem Schlagfell und das hat auch einen Grund. Das Besondere bei dieser Stimmung ist, die Bassdrum bekommt einen enorm starken, harten Attack, der mit einem sehr starken Basston kombiniert wird und das hat den Grund, da ich sehr viel Rock spiele und auch Metal, aber auch gleichzeitig Jazz, wollte ich eine Bassdrum haben, die genau dazwischen liegt und das ist mir durch die spezielle Stimmung des Schlagfells von der Bassdrum auch gut gelungen. So, dann herzlich willkommen auch zum zweiten Teil. Ich werde jetzt den Klang meines Schlagzeuges vorführen und zwar in zwei Variationen. Die erste Variation ist, ich werde meine Kamera genau auf das Schlagzeug hier hinten halten und werde dann jeweils über die Toms und Bassdrum gehen und die zweite Version ist, ich werde eine Frontaufnahme machen und das Schlagzeug dann filmen. Aber bevor ich das mache, bitte ich darum, diesen Kanal hier zu abonnieren und natürlich sich die Videos anzuschauen, zu liken, zu kommentieren und so weiter und so fort. Und jetzt zeige ich euch, wie das Schlagzeug bzw. der Kern des Schlagzeuges klingt. Und jetzt zeige ich euch, wie das Schlagzeug ist. Und jetzt zeige ich euch, wie das Schlagzeug ist. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Anschauen, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Disliken, für die Kommentare und so weiter und so fort. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!